Meinungsfreiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, sie durften nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt. Und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, das alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr da.